Wenn wir auch noch im April sind, so ist diese Anstaltung einfach aus organisatorischen Gründen etwa vorverlegt worden. Es sind ja nur ein paar Tage bis zum 1. Mai. Unser Mariensilien wird heute etwas anders gestaltet als sonst. Ich möchte Sie nämlich einladen, gedanklich einen Besuch in verschiedenen anderen Runden und der Mutter Gottes in unserer Nähe zu machen. Gewissermaßen also eine kleine Wahlfahrt. Pilgerin mit uns. Maria, du bist ein Mensch wie wir, nur viel besser als wir. Gott beschenkte dich mit seiner Gnade in Fülle. Immer warst du den Markt seiner Liebe. Du gehörtest ihm in allem. Er hat dich erhöht in die Himmel. In der Gemeinschaft der Heiligen bist du ihm ganz nahe. Bitte führ uns bei Gott. Maria, hilf mir mit uns auf den Weg. Sprich uns Mut zu, wenn wir müde sind. Bitte für uns, wenn wir nicht weitergehen und aufgehen wollen. Hilf uns, dass wir unser Ziel erreichen. Gott selber im Himmelreich. Durch ihn, Jesus Christus, unsere Herr und Bruder, Amen. O schöne Morgen gründ' Die Himmelstar Der Wind O in dem Garten Schein Maria O bitteschön, glatteschön, Maria, bleib. Er wird der ganze Welt in dir verborgen hält, was uns erlösen wird, ganz unbedürt. Was uns erlösen wird, ganz unbedürt. Aus dir liegt all die Sonne, von hohen Himmels Blut. O hundelberg, er wird von Nacht erbänd. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Maria, Christus, Maria, Christus.